ja willkommen mein name ist dann die urlp und ich begrüße euch zurück zum letzten part von hauptark von nämlich der letzte part aber letzten kampf von hauptark von tales of graces f wir sind gerade mitten im finalen kampf also vorm finalen kampf immer noch auf schwierigkeit karte chaos ob ich das überlebe ob ich das nicht überräumen werde aber mal gucken wenn der größte letzten kampf haben wir ja so gerade noch geschafft vielleicht haben wir jetzt ja auch ein bisschen glück ich bin ein bisschen ja einfach an jetzt rock gut ist wenn wir hier verrecken dann können wir vor diesem kampf immer wieder neu starten aber trotzdem immer noch gewinnen gegen länder länder angelost mit 609 1600 hp länder in der reinsten form jetzt an welch ging also ja super ob das gut gehen wird oh gott der machen sich schon so dicke schaden ich habe zum glück immer noch alles teilen kann ich zur not irgendwann einsetzen werde ich auch einsetzen müssen habe ich dort aber gucken ich hoffe natürlich nicht zu früh ja schon mal 10.000 abgezogen da ist soweit er kann vergeben ja jetzt so 20 30 minuten zeit den platz zu machen das werde ich natürlich auch versuchen ich hoffe natürlich uns den spiel kann es gar nicht unterstellen weil das ist schon gutes ende er voll scheiße wenn ich einfach durchs finale durchbrechen würde aber diese tod 100 für angriffe zählt überhaupt nichts ab weil er im verdammten ging es muss ist auch der hat nichts eingesetzt perfekt so dass ich immer wieder einsetzen und seine barriere zu vernichten wir machen ordentlich schaden das ist gut der macht nicht so viel schaden dann so gut bis jetzt hat ja auch erst so dem wir ungefähr die helfe abgezogen haben von losgelegt ist so wieder auf mich los mein gott mein gott geweckt von chariot oder so viel ok wie zum teufel hat der chariot getroffen ja gut was kann du musst nicht so nah dran kommen ok das kommt schon kriegt neue drei jawoll und jinks dann habe ich noch mal glaube ich einsetzen können mein gott wie viel schaden wir schon angerichtet haben der kampf fängt glaube ich ein bisschen ruhiger an als der von richard dann hat wir getan was kann jedenfalls ich habe noch trinke des lebens ich habe noch elixiere so schnell kann ich eigentlich nicht verrecken außer alle symptomen auf einmal das wäre natürlich blöd ich habe ja bitte auf den gegner anzugreifen und bringt es nicht so sollst du mitbekommen haben langsam einfach nicht so viel an wie ob gott richard was machst du damit so viel ich dachte jetzt wieder ein bisschen gehalten aber kann ja gar nicht aber okay ergeleben nova zustand und zaubern das ist eine gröse kombination falls er zauber kann ich weiß und ja wenn zwei leute tot sind dann natürlich natürlich sofort wieder belegen dann sind wir tot ja ja ich möchte sowieso jemanden wieder beleben ich weiß auch an mir jetzt gestand jetzt wirst du nervig ja nein geht's nicht auch schon wer los dieser angst jetzt so blöd er gab alle umkreis an das ist voll blöd ja super naja ich glaube den schaffen wir nicht den schwierigkeit grad ja er ist jetzt richtig nervig geworden am ende ja versuchen wir noch mal einmal da wird der schwierigkeit dargestellt wenn jetzt auch nicht in 20 minuten oder so erlegen da schon sechs minuten nicht gut er soll schon ja ein bisschen füllen soll ja auch beim final kampf sein kann ich irgendwie so 15 minuten packen oder machen wie früher jetzt geht auch wieder wunderbar da kann man irgendwie so ein moment der markt da verstehe ich nicht ach wir haben ja das tuch wahrscheinlich aktiviert deswegen deswegen macht er wahrscheinlich nicht so viel schaden stimmt ja gar nicht dran gedacht okay dann müssen wir alles rausholen da sind wir alles rausholen deswegen fahrt man nicht so schnell am ende fügen war voll schnell weg von jahr ja geh weg von jahr ja da hat gerade was kann mich also wie gerufen ja soviel 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 direkt wiederbeleben sie tun hat direkt machen aber schon wieder nicht mein gott bleibst du mal ich habe fast gegen einen so vorkommen ignorieren ist einfach nicht zu fassen aber noch 375 mein gott 104 treffer alter ja da jetzt macht er uns wieder fertig naja ich habe niemand zum vora aber wir haben alles teiler weil gerade geklappt werden wir diesen ding mein gott was kann warum stehst du kannst du so beschissene schon wieder tot mache ich nur mit dir sophie schon jetzt nicht verlassen wir sind einfach nicht normal gut so da da ich habe keinen heiler wieder so elixir chariot und er greift sofort sie an als ich dachte umgedreht der sack boah leck mich getroffen was macht ihr da die bewegen sich nicht mal so hergeblieben was geil ist was steinert man mein gott könntest du mal aufhören die immer direkt kaputt zu hauen das gibt es doch nicht da komm bleibst du hier alter ich belebe irgendjemand wieder er guckt noch nicht mal erst mal an da er geht sofort immer auf irgendjemand andern los geht aber auch mich los man schau dir die ganze eine rein und boah jetzt das ist schon wieder kein heiler das kann alter gibt es doch nicht können wir nicht nach jeden schlag jetzt hier verrichten ohne hier nicht schon aber jetzt kann ich schon wieder niemanden wieder leben hat mich sofort wieder blick dann kommt der direkt und geht auf so viel los mein gott geh auf mich los danke super boah das gibt es doch nicht aber ich wurde geil so gut ja ist ein garantierter tod ist klar nee das schaffen wir nicht auf den schwächkeitskanal natürlich dem ein unterstellen würde ich das wenn er sein ist gut man da schaffen wir schon von den trinken ja nicht mehr so jetzt sind wir gleich viel alf folge ist aber jetzt irgendwann mal ein gott wenn wir jetzt irgendwas machen hat sie doch immer alle jetzt komme ich irgendwie nicht mehr an ihn heran ich kann nicht mal angreifen ne das schaffen wir nicht das schafft man nie im leben obwohl es war wieder schön schaden rauskauen das sollte mit kreis angriffen über angreifen weil an der verbringt es glaube ich nicht so ja und wir sind tot sagt ich bin unbesiegbar wie lange ist ein elf schub ja den kampf noch vergessen alter ja kommen los kommen wir ja nämlich um obwohl wir haben leichten sonst kommt schon gleich elf schub super ja statt hier noch was zu drehen ja super alles klar 48 mein gott wie wenig der jetzt so müssen wir jetzt kriegen oder wir werden stark genug jetzt genießen wir erstmal wieder nur halbe schaden für eine weile gut mein wasser gestand gibt bekloppt verdammt ich konnte nicht dings einsetzen mein müßte garten müßte garten seinen elf schub hat er richtig geile aber guckt euch da an hat es jetzt gar nichts mehr ab ja okay wenn wir noch das buch egal wenn er sein verdammten elf sein nur waschen zustand die aktiviert ne ich bin die ganze zeit viel zu nahe mikro aber egal ich ziehe aber auch irgendwie nix ab ne kann man nicht schon auf einen höheren spiel ich kann es gerade voll viel weiter das ist gut das ist gut das ist gut bam bam wir haben beide 100.000 abgezogen zack jetzt das noch mein gott das hört gar nicht auf okay schade das war viel das war gut das fand ich richtig schön das war nur ein kampf überleben ich habe nicht so dass wir jetzt noch verlieren aua aua sind aber schon auf den höchsten schwere ich hatte gerne platz gemacht vielleicht beim nächsten mal auf welchen darauf damit bitte andeuten los komm komm bam bam und Pascal ist tot ich glaube unser buch ist jetzt wieder deaktiviert ne mit dem halben schaden aua in den riesigen äh verbrauch wutich wutich und jetzt machst du nicht wieder das wie vorhin ne du bleibst hier wutich 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 wo finde ich geil du anfängst und der macht immer noch okay was zum teufel war das denn bitteschön jetzt weiter gehe ich nicht runter ich möchte in dem party noch platt kriegen 36.000 360 weiter gehe ich aber nicht runter wenn auch gelacht wahrscheinlich jetzt vorweg wenn du in dem partie klein klingt aber lacht jetzt immer noch verlieren gegen den ja ich habe im schub jetzt kraftschotze mann 11 noch weiter gelevelt dann wenn man vielleicht den ganzen kampf hier noch ein buch aktiviert kommen soweit glaube ich nicht warte bis bmf schubt dann kriegst du wieder 100.000 schaden hoffentlich irgendwie so eine compilation eigentlich nur vom finalen kampf aber auch schwer ich habe auch der video beschreibung auf schwer angegeben dass dieses spiel spielen also sagen wenn ich unter schwer gehen recht damit noch kein problem hier wo auf den höchsten schwieriger hat war auch schön anzusehen gewesen hätte voll mein ego unterstützt ich muss die kombo aufrechterhalten ich habe noch mal eine elbe einsetzen können noch ganz einfach viel weniger abziehen als sonst egal jetzt wieder mit einem musikanten das mag ich entdecken hallo jetzt komme ich näher bams ich bin in angriff zur kai und ich dich dich aber langsam genug umgespielt ja ich glaube nicht auch noch mal ein kritischen aua bald mal die ganze zeit blau müssen nicht alle näher kommen okay pascal was blüfen und deswegen bist du näher kommt aber trotzdem okay dieser angriff ist scheiße immer garantiert tot aber meine kollegen zu blöd sind anzugreifen mich da rauszuholen nämlich mal an das kommt aber nein ich schon wieder da will sie mich verarschen und dann immer raus wenn ich einmal so greift dass er ungefähr jetzt bitte nicht noch mal es wird mir richtig auf die nerven gehen dort schon wieder jemanden greifen und nixer und bin tot nahe wir stehen jetzt alle da ok und zu sagen 284 hatte ich doch locker noch knapp naja setzt auch noch neue angefallen die mich voll nerven ein weg von charia aber spinne nein ich schon wieder aber ich bin draußen okay eigentlich so viel steuern und mich da irgendwie raus retten aber irgendwie klickt dann benutzen wir sowieso nicht so wow aber den kriegen wir locker das ist ja locker aber den kriegen war leck mich nein so okay ob ich jemand heilen danke mein gott pascal was bei mystik art geklaut hat er schauen anrichten konnte jetzt nicht so auf 74.000 kriegen war wir haben noch ein paar minuten was auch der in die ein auf madara oder was man daraus schier und like rock ist gut danke was ist auch damit dieser angriff der geben wir auch auf generven aua 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 like your drop fucking meteor nix da diesmal nicht und ich mal fahre klammer aha na pascal leben nein der setz hat schon wieder ein was rückwahrer kann er in der nähe jetzt sind 50.000 den 9 durch mich auch noch so schwer der erste ist tot auf jeden fall ne ist auch nicht okay nein jetzt aber ich kann nichts machen naja ich konnte nichts machen da kann man jemand das geil wieder reden wie es irgendwie die ganze zeit tot naja nicht schon wieder ich habe ich an der scheiß aber es muss mich jemand wieder besser lächerlich angaben 50.000 apd kriegen wir ja nicht abgezogen nein ich war wieder schon gesehen was du an macht anzetteln wolltest angreifen wolltest mit was du angreifen wollte was du einsetzen wolltest ich meine nein schon also okay ich bin jetzt schon wieder am fucking meteor nie werfen nein es war der will mit seinen lasern also ich kann irgendwas machen komme ich irgendwie grad letzte mal nicht bewegen war also nicht es gibt ihnen doch jetzt mal endlich den rest ja elf schubs jetzt voll aber jetzt so gut wenn das klappen würde was ich vorab nein davon da ist mir noch nie gelungen aber ich habe schon mal davon gehört das ist irgendwie noch mal gut gegangen na gut da würde ich mal sagen was danach kommt das sehen wir in der nächsten folge von let's play tales of crisis f ich bedanke mich alle herzlich bis zu schauen und sage tschüss tschüss